Heute möchte ich mir was erzählen zum Thema Ziele. Ja, was sind denn Ziele für mich? Oder für euch? Was machen denn Ziele aus? Eine Ziel kann es zum Beispiel auch sehen, dass ich da herfahre. Oder dass man in den Urlaub fährt. Oder sein eigenes Ziel, sein persönliches Ziel. Und das, was eigentlich in meiner Vlogs auch geht, dass man sozusagen seine eigene Ziele setzt.